Häufig muss man in der Programmierung ein Array, also ein Feld von vielen Variablen, vom Anfang bis zum Ende durchlaufen, um die einzelnen Variablen auszulesen oder zu bearbeiten. Als Zielprogrammierer verwendet man für solche Aufgaben intuitiv eine klassische Vorschleife. C++ bietet dazu allerdings eine Alternative, nämlich eine sogenannte bereichsbasierte Vorschleife, die gegenüber der klassischen Variante einige Vorteile hat. Wie diese bereichsbasierte Vorschleife funktioniert und was die Vorteile davon sind, erfahrt ihr in den nächsten Minuten in diesem Video. In diesem leeren Grundgerüst meines C++-Programms deklariere ich jetzt als erstes ein Array vom Typ Integer mit 10 Elementen. Die Länge des Arrays ist hier durch die Anzahl der Elemente bei der Initialisierung auf 10 festgelegt. Für die Initialisierung des Arrays muss ich übrigens an dieser Stelle hier nicht mehr unbedingt ein Gleichheitszeichen angeben. Es wäre nicht falsch, ist aber eben auch nicht erforderlich. So, nochmal zur Erinnerung, der Zugriff auf die Elemente dieses Arrays mit der klassischen Vorschleife läuft so. Ich habe hier also eine Zählvariable i vom Typ Integer, die ich mit 0 initialisiere. Und diese Variable nutze ich ja als Indexvariable für den Zugriff auf die Elemente des Arrays. Also muss ich hier in der Vorschleife noch angeben, bis zu welchem Index diese Variable maximal hochgezählt werden soll, damit es keine Bereichsüberschreitung gibt. Weil der Zugriff auf das erste Array-Element mit dem Index 0 erfolgt und insgesamt 10 Elemente in diesem Array enthalten sind, muss i also bis 9 hochgezählt werden. Der Abbruch der Vorschleife erfolgt also, wenn i nicht mehr diese Bedingung hier erfüllt, also nicht mehr kleiner als 10 ist. Und nach jedem Schleifendurchlauf wird i um den Wert 1 inkrementiert. Die Ausgabe dieses Programms zeigt, dass der Zugriff auf das Array natürlich mit dieser Vorschleife funktioniert. Allerdings gibt es dabei einen Fallstrick, den man unbedingt beachten muss. Und zwar ist das diese Bedingung hier, unter der die Vorschleife durchlaufen wird. Wenn diese Bedingung nicht stimmt, wird das Array also entweder nicht vollständig durchlaufen oder, und das ist in der Regel schlimmer, es gibt eine Bereichsüberschreitung. Eine Schleife, die insbesondere beim Zugriff auf alle Elemente eines Arrays die Sicherheit für den richtigen und vollständigen Zugriff bietet, ist jetzt die bereichsbasierte Vorschleife. Und die sieht so aus. In den Argumenten der Vorschleife steht also nur noch erstens eine Variable, hier wieder mit dem Bezeichner i, die die Elemente des Bereichs entweder aufnehmen oder auf die Elemente dieses Bereichs referenzieren kann. Und zweitens der Bereich, der durchlaufen werden soll. Ganz wichtig ist also, die Variable, die hier vorne deklariert wird, ist jetzt kein Schleifenzähler mehr, sondern diese Variable nimmt die Werte aus dem Array auf. Das sieht man dann auch hier in der Ausgabe. Dem Ausgabestrom wird nun nicht mehr explizit jedes Element von iArray mit dem Index in den eckigen Klammern übergeben, sondern explizit die Variable i. Die Ausgabe des Programms sieht natürlich genauso aus wie zuvor mit der klassischen Vorschleife. Um nochmal zu verdeutlichen, dass diese erste Variable in der bereichsbasierten Vorschleife kein Schleifenzähler ist, verändere ich jetzt dieses Beispiel. Und zwar mache ich aus dem IntegerArray ein String. In der Schleife sollen jetzt die einzelnen Zeichen aus dem Bereich von myString ausgelesen werden. Dabei ist die erste Variable also wieder diejenige, die die Elemente des Arrays aufnimmt. Das sind jetzt aber keine Integer-Zahlen, sondern Character. Also muss der Datentyp entsprechend geändert werden. Der Rest der Schleife kann dann so bleiben, wie er ist. Bei der bereichsbasierten Vorschleife durchläuft man also einen vorgegebenen Bereich vollständig vom ersten bis zum letzten Element. Hier habe ich das an einem Array demonstriert und später werde ich aber noch zeigen, dass das auch ganz andere Objekte, nämlich Objekte von sogenannten Container-Klassen sein können. Man muss also nicht mehr, wie bei der klassischen Vorschleife, auf die Abbruchbedingungen achten. Allerdings muss man sicherstellen, dass diese Variable hier, die die Elemente des Bereichs aufnimmt, den richtigen Datentyp hat. Aber auch hier gibt es eine Vereinfachung, nämlich kann man die Wahl des Datentyps automatisiert vornehmen lassen, indem man als Typenspezifizierer nicht einen konkreten Datentyp vorgibt, sondern das Schlüsselwort Auto als Platzhalter verwendet. Dabei wird dann also automatisch entschieden, welchen Datentyp I haben soll. Hier wäre das ein Character und im vorherigen Beispiel wäre das ein Integer gewesen. Okay, jetzt habe ich also gezeigt, wie der lesende Zugriff auf die Elemente eines Arrays oder allgemeine eines Bereichs funktioniert. Jetzt schauen wir mal darauf, wie das dann mit dem schreibenden Zugriff läuft. Dazu verändere ich die Anweisung in der Vorschleife so, dass ich die Elemente mit einem Sternchen überschreibe. Dabei muss ich aber darauf achten, dass ich das String-Ende-Zeichen, also das letzte Zeichen, das den String terminiert, nicht auch überschreibe. Und nach der Vorschleife gebe ich dann den String aus. So, wenn ich jetzt das Programm laufen lasse, sieht man, dass der String unverändert ist. Hier steht also immer noch mein String und die Zeichen der Zeichenkette wurden nicht mit einem Sternchen überschrieben. Der schreibende Zugriff auf die Elemente des Bereichs funktioniert so also nicht und das liegt daran, dass hier in i nicht wirklich die Elemente des Bereichs, also von myString, stehen, sondern nur eine Kopie der Elemente. Im Speicher sähe das so aus, dass das Array myString irgendwo einen Bereich einnimmt und innerhalb der Vorschleife wird dann also für i auch nochmal Speicherplatz reserviert. In den Schleifendurchläufen werden dann nacheinander die Elemente aus dem Array in die Variable i kopiert. Und die Anweisung in der Vorschleife hier sorgt dann nur dafür, dass die Kopie jeweils mit einem Sternchen überschrieben wird. Aber der eigentliche String bleibt natürlich, wie er ist. So, jetzt ist hoffentlich klar, wieso der schreibende Zugriff so, wie ich es hier probiert habe, nicht funktioniert. Kommen wir dann jetzt dazu, wie es denn gehen kann. Und die Lösung hier ist ziemlich einfach. Dazu mache ich nämlich aus dieser Charaktervariablen i eine Referenz auf eine Charaktervariable, indem ich dem Auto ein kaufmännisches und anfüge. Der Datentyp von i ist damit also nicht mehr ein Charakter, sondern eine Referenz auf einen Charakter. So, für alle Umsteiger von c auf c++ ist eine Referenz auch etwas Neues. Und was das bedeutet und wie es funktioniert, erkläre ich gleich. Jetzt schauen wir uns zunächst einmal aber die Ausgabe des Programms an und stellen hier fest, dass dieses eine Zeichen hier tatsächlich dafür gesorgt hat, dass wir nun einen schreibenden Zugriff auf die Elemente des Arrays bekommen. Der String ist also komplett mit Sternchen überschrieben worden. So, dann schauen wir uns jetzt einmal genauer an, warum diese Lösung denn hier funktioniert. Was hat also dieses UND-Zeichen verändert? Fangen wir nochmal mit der Situation von vorhin an, ohne diese Referenz. Da sah der Speicher ja so aus. Der String hatte also einen gewissen Bereich eingenommen und für die Variable i wurde auch nochmal Speicherplatz reserviert. So, dann haben wir aus der Charaktervariablen i eine Referenz auf eine Charaktervariablen gemacht. Und das ist auch schon der Trick, denn eine Referenz nimmt keinen neuen Speicherbereich ein, sondern ist eigentlich nur ein anderer Name für einen schon reservierten Speicherbereich. Im ersten Schleifendurchlauf ist i also ein alternativer Bezeichner für MyString von 0, im zweiten Durchlauf für MyString von 1 und so weiter. Das heißt, über diese Referenz i greift man genau auf den Speicherbereich zu, in dem das Array tatsächlich gespeichert ist. Und Manipulationen an diesen Werten hier bewirken dann eben auch eine dauerhafte Veränderung. Die Verwendung der Referenz hier hat also den Vorteil, dass man schreibend auf die Inhalte des Bereichs zugreifen kann. Ein weiterer Pluspunkt für die Referenz ist aber auch noch, dass kein zusätzlicher Speicher reserviert wird und im Zusammenhang damit vor allem das Kopieren der Array-Inhalte entfällt. Dadurch wird also diese Vorschleife auch noch besonders effizient. Gut wäre es ja, wenn man diese Effizienz auch für den lesenden Zugriff auf die Bereichsinhalte nutzen könnte. Prinzipiell könnte man das hier ja auch schon machen. Der lesende Zugriff ist hier ja möglich, aber wie ich gerade ja schon gezeigt habe, eben auch der schreibende Zugriff. Es besteht hier also das Risiko oder die Möglichkeit zumindest, Werte im Array zu verändern. Will man das unterbinden, um wirklich ausschließlich einen lesenden Zugriff zu ermöglichen, kann man das machen, indem man die Referenz konstant macht durch das Voranstellen des Schlüsselworts CONST. Damit ist dann eine Veränderung nicht mehr möglich, wie man das hier sieht. Der Versuch der Änderung führt also zu dem Fehler, dass der Ausdruck ein änderbarer Left Value sein muss.